Daniel, bist du bereit? Nein. Ich komme gleich, also ich bin jetzt schon im Kreisverkehr. Wo sind Sie aus? In Turkey. Ah, okay. In Poland. Okay. 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 Und die LASER-Skaner sind die Straße auf der Fronten und auf der Seite? Ja, alle Radar. Wenn man keine Linien auf der Straße... Wir können auch fahren. Wir benutzen viele verschiedene Dinge, um uns zu localisieren. Wir fahren auf der Straße. Wir fahren auf der Straße und man kann nicht immer warten. Deshalb müssen wir fahren ohne Linemark. Jetzt ist es also braking. Wir fahren auch. Und jetzt ist es wieder auf der Straße. Ich denke, es gibt auch Navigation. Sorry? Es gibt auch Navigation und Maps. Nein, wir haben unsere eigenen Maps. Wir brauchen Informationen aus den Maps. Für uns ist es nicht genug, um zu wissen, wo wir sind. Wir müssen wissen, wie wir in der Welt sind. Es ist sehr wichtig, wenn wir hier in der Straße fahren, oder wenn wir ein bisschen über den Crossen fahren fahren. Also brauchen wir spezielle Maps, um gut zu wissen, wo wir in der Welt sind. Also müssen wir, um dieses System in Serious machen, müssen wir unsere eigene Systeme machen. Ja, wir arbeiten. Ist es aus dem A und Z? Oder ist es basiert auf Google Maps? Nein, es ist aus dem CrossCress. Es ist unsere eigene Systeme. Wir fahren auf Deutschland. Wir fahren auf 130 Kilometer per hour. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter. Wir fahren auf den Mond Margaret. Wir fahren auf dem Wir fahren auf dem Quadrappel. Ich bin schaufte leider. Wir fahren auf den Blumen. Wir fahren auf die Gamer oder einer Große. Das so können wir fahren. Wir fahren auf die Gamer. Wir fahren auf die Gamer. Okay, so. Ich bin jetzt weiter. Das war eine ganze Körnach. Er weiß die Map, also die Curvature, und dann calculiert es sich, wie schnell ich fahren kann, um die richtige Speed für die Curve zu bekommen. Er weiß, wie man maximal kann. Und dann calculiert es sich, wie schnell ich fahren kann, ohne mich aus der Curve zu fahren. So, jetzt sind wir die Inter-Section. Er beginnt die Turn-Signal. Jetzt sind wir die Fahrer, jetzt. Und wenn ich die Fahrer möchte, kann ich die Fahrer oder etwas steigen. Und dann wird er. Ihr bekommt die Kontrolle. Ja, jederzeit, wenn ich die Kontrolle habe, kann ich es. Mhm, ja. Ja, wir haben noch Fragen.